er kreft Frau Kahn hallo in der Zeit nicht Erschuldigung es wollte ich jetzt wirklich nicht also okay fließt dort ich lerne daran dass der Stand jetzt noch mal sie und sie aus dem Ort sie aus Bonner an was rumgeschrieben Prozent da ein Monster ist auf dem Land zu holen und kann sich an Anlotsstum Konankensstufe Magnus und Verbrauchstuhl was soll die Erinnerung an Lernlern ich bin dringend am Markt das ist bestimmt hier sie sprichst 3 machen wir mal ein Tonic mit auf den guten Frorgi so Markus, du hast gelogen, als du von einer Welt des Bösen sprachst. Du hast mich benutzt. Oh, wie furchtbar. Hörst du das? Das ist der Schnitter. Ich darf nicht verlieren. Was wurde aus meinen Mystikern? Ich muss gewinnen. Ach, komm. Die übliche Schalter-Tortur. Ja, ha, ha, ha. Erwischt. Nein. Adios, amigos. Er kann Spanisch. Wow, ich bin jetzt richtig weit. Nie, weil ich mich nie besiege. Will ich das jetzt nochmal machen, oder was? Warte, was? Kätzchen, Kätzchen. Nein, nein, nicht diesen Schalter. Kätzchen. Wow. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es so sehr. Warte mal, warte, ich will noch was sehen. Ich will noch was gucken. Ich liebe dieses Spiel. Vor allem, es sind so emotionaler Momente dabei und dann noch einmal so wieder total lustig. Und das war die nächste Side-Quest. Nenn ich mich nicht irren. Ich will da hin. Nein, möchte ich eigentlich nicht, aber egal. So, machen wir jetzt die letzte Side-Quest für heute. Zumindest für mich für heute. Ähm, wo müssen wir hin? Wir können gleich bei 600 nach Christus bleiben. Ich möchte jetzt aber erstmal irgendwo mich ausruhen. Ja, Dorino Stube passt. Hallihallo. So, let the show begin. So, wo müssen wir hin? Äh, wir müssen ins Coraz-Café. Caros Coraz-Café. Dieses hier. Oder auch nicht, äh, weiß irgendwo anders. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hab doch keine Ahnung von dem Spiel, das doch hier war's. Nur weil, leider wahrscheinlich falsche Zeitepoche. Ne, ich muss nicht, muss hier hin. Coraz-Café, genau hier. Ne, hä? Ne, Coraz-Café möchte ich bitte. Ich möchte Coraz-Café. Oh, man taucht nach, besucht nach der Regenbogenmuschel. Ja, da möchte ich auch, ähm. Nur herein. Cyrus Krab ist im Norden, da kann, ja, ja, ja. Ja, und wo ist der jetzt? Wohnhaus. Muss ich da jetzt schon hin? Ne, ich musste, wie muss ich das denn machen? Äh, na, okay, bis gleich. So, Leute, ähm, ich hab immer noch nicht herausgefunden, wie ich das sozusagen machen soll. Und, ähm, vielleicht hab ich das auch irgendwie schon gemacht, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, weil ich, ähm, hab mir aufgeschrieben, dass ich ins Coraz-Café hergeben soll, was hier ist. Ähm, also, dass ich da Toma treffe, der mir seine Limo gibt, ich dann ins Jahr 1000 gehe, die Limo da auf seinen Grab stelle und dann er mir irgendwas erzählt. Also, jetzt, ähm, soll ich eigentlich in die Riesenklaue, die nördlich von hier ist. Und die ist hier nämlich noch nicht, denke ich. Hier ist noch dieser Sonndom. Ne. Also, irgendwie muss ich irgendeinen Trigger auslösen, um da Toma zu holen. Keine Ahnung wie. Hier ist er nicht. Ich kann jetzt so ein bisschen warten. Ich fährt mal hier, wartet. Auf Speed. So, 12. Da würde das ja nicht. La, 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 keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich machen soll, wirklich. Ich bin ratlos. Das trägt mich jetzt auch gerade ein bisschen auf, ich wollte diese Quest jetzt noch machen, aber so geht das dann wahrscheinlich nicht. Nr jetzt ans Zeit Köln in den 1 da an der Zeit der Leiter der mittleren Erde gibt es ein Objekt, das wie der Regenbogen schimmert. Genau, das sind diese zwei Quests, die ich jetzt noch machen muss. Vielleicht kann ich das jetzt erst machen. Hier nicht, sondern... Wo war es hier? Nein, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Wo ist dieser Arsch? Da ist in keinem von diesen Häusern hier. Zyrus, ja... leckt mich. Juckt mich grad ein bisschen wenig. Ach, das kotzt mich grad ein bisschen an, echt. Ja. Ja, der muss ja irgendwo sein, ja eigentlich. Koras Gaststube ist ja auch nicht. Vielleicht soll ich jetzt hier nochmal... Ja, vielleicht geht das jetzt. Nein. Ja. Ach, ich krieg's kotzen. Das ist echt so ätzend. Leute, ich glaub, ich mach jetzt hier eine Pause, also... Das kotzt mich jetzt hier wirklich an. Das ist... Ach... Ne, ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Der kommt ja auch hier irgendwie nicht. Ja, ich weiß, dass er nicht... Ja. Ja, wo kommt der denn? Ja, Thomas würde einmal bleiben. Der kommt ja nicht. Ey, ich könnte kotzen. Ich könnte sowas von kotzen. Weil ich... Ich hab auch keine Ahnung, wo ich hin soll. Und ich hab jetzt aber auch keinen Bock, die andere Quest noch zu machen. Und mir jetzt den ganzen Quark jetzt nochmal aufzuschreiben und so. Ach, komm doch. Da, er ist nicht da. Er ist einfach verdammt nochmal nicht da. Na gut, Leute. Ähm... Das war's. Wollte ich jetzt mal so sagen. Ähm... Für heute mit Chrono Trigger. Ich werd gucken, wie ich das mache. Ob das hier irgendwie noch funktioniert oder so. Keine Ahnung. Also, das war das mal. Aber... Ich hab eigentlich viel geschafft in denen. Weiß, weiß nicht, wie viel Videos ich jetzt aufgenommen hab. Ich denk mal wieder so 7, 8, 9. Aber ich hab viel geschafft, das muss ich sagen. Also, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.